Ich muss echt aufhören so viel Kaffee zu trinken, ist gar nicht so gesund. So, wir wollen euch ein paar Apps zeigen. Wir? Ja, oder ich. Kann ich auch machen. Könnte aber auch gerne zusammen machen. Jetzt mache ich mal die Position hier, die du mal machst. Ich? Wann sitze ich denn jemals so da? Aber egal, ich zeige euch jetzt ein Easy Xylophone. Ja, das ist Xylophone. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man so ein bisschen üben will. Man kann nämlich auch so ein Xylophon, damit kann man es auch durchaus ein bisschen über die Decke bzw. über das Ziel hinausschießen. Kann man? Ja, wenn man es zu laut und zu intensiv treibt, dann könnte man hier mit dem Easy Xylophon einfach Kopfhörer reinmachen und dann ist das nicht so laut, dann nervt man nicht die Umwelt damit. Genau, im Grunde genommen ist das, was man sieht, alles was man kriegt und dann noch Töne dazu. Man kann hier oben auf den Einkaufskorb gehen und dann die App ohne Werbung freischalten für Geld. Und das war's eigentlich schon. Da kann man spielen. Das ist doch nicht gut, Emi. Ach komm. Emi, mach mal was Fetzigeres. Kann man zwei gleichzeitig? Das war eine Mischung aus alle meine Hähnchen. Hey, Entschuldigung, das war richtig cool. Das war total ungewöhnlich, Emi. Sagen wir es mal so. Interessant. Kann man, das geht doppelt auch? Ja. Was soll das? Fandet ihr das nicht schön? Doch, Emi. Ich habe probiert. Spiel doch mal was Besseres. Spiel. Sogar mit der Nase habe ich einen besseren Beat hingekriegt, Emi. Der Beat geht hier nicht so einfach. Ja, das sind hohe Töne. Weil, das ist so klar, ich glaube nämlich auf dem iPad oder auf dem Tablet wäre es besser, wenn man dann mehr Platz hat. Genau. Man kann das also auch auf dem Tablet installieren und wenn man es dann auf die Spitze treiben will, dann kann man sich auch diese zwei Schlagstöcke, die man dann oben in den oberen Bildschirmbereich sieht, kann man sich sogar selber bauen, nachbauen. Nee, die kann man gar nicht benutzen. Doch, die kann man benutzen. So was könnte man sich selber bauen, darauf kommt es ja an. Spiel doch mal was. Einfach eine umgedrehte Chips-Tüte nehmen und die darüber stülpen, das geht. Will ich aber nicht. Ja, ich weiß. Ich habe doch gerade mit der Nase schon ein Lied reingegeben. Ja, aber spiel doch mal ein Lied. Das war richtig. Ein Wendler-Lied, okay. Kannste nicht, ne? Okay. Es war so schön, meine Zeit in Mallorca. Ja, wie geht das denn? Ja, du hast mir Grab gegeben? Kannste doch mal nicht. Es war so schön, meine Zeit in Mallorca. Und ich hasse dich, weil du mein Leben nahmst. Das ist ein Hit, den Michael Wendler singt. Ganz kurz, um mal zu sagen, was du gerade gesagt hast. Und ich hasse dich, weil du mein Leben nahmst. Das singst du. Das singt Michael Wendler. Das ist das Erste, was aus dir rauskommt, wenn du neben mir sitzt und singst. Das singt Michael Wendler. Ich hasse dich, weil du mein Leben nahmst. Raub den Nerv. Die Nase w destro. Da sind wir gleichepa